Perleberg. Nach der erfolgreichen ersten Veranstaltung im Vorjahr lädt das Kreiskrankenhaus Prignitz am 24. Juni erneut zum Mittsommerfest auf das Gelände. In diesem Jahr können Besucher von jung bis alt unter anderem einen Blick in die Klinik für Gynäkologie und Gebotshilfe sowie in die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin werfen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr auf der Wiese hinter dem Krankenhaus. Dort erwartet die Gäste unter anderem einen Kindersachenflohmarkt, Märchenerzählerin Knubbelkut und Kulinarisches. Ab 18 Uhr wird ein Lagerfeuer entzündet.